Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shin Megamade Tensei. Jetzt geht es los, das Minale. Ich habe übrigens gesehen, dass das letzte Video gar nicht angeklickt worden ist. Ja, wahrscheinlich noch nicht gesehen oder es ist wieder ein Fehler von YouTube oder so, keine Ahnung. Aber das wird sich ja dann wieder beruhigen. So. Weil jetzt, im Finale, wird es ja wohl hoffentlich spannend. Yes. Very well. Close your eyes. Meditate. Also, in IngeALL tonight. The Idealikat. The Idealikat. This must be $%ップ's Throne. Sonst hätte ich ja nicht gesagt, ich bin ready. Also, so sah man schon. Jo, haupt's auch ne riesige Tür, ey. Ist das schon mein, mein Pfad? Also, Destruction? Also, Bad? Ne, ja wohl, Badende kann's nicht sein, ich hab ja nicht meine Freunde geopfert oder sonst was. Also, von daher... Dürfte es eigentlich kein Badende geben, ich glaub, das ist eher neutrales andere, was ich habe. Oder vielleicht ein gutes Mal gucken. Wobei... Ich weiß nicht, ob die Fragen, die damals in dem... in dem Tempel nahe gestellt worden sind, wichtig waren. Geh zurück, und ich zeige dir die Kirche und verabschiede euch. Ich weiß nicht, ob ich nicht verabschiede. Ach komm! Was soll denn der Blödsinn? Noch ne Tür? Noch ne Tür? Also, das ist doch sicherlich. Dass da nochmal ne Tür ist. Das ganze letzte Ding war sowieso schon sehr gestreckt. Von dem... Von der Map her. Ja. Du kannst nicht möglicherweise verstehen meine Natur. Alle Dinge existieren, weil ich das mache. Um mich zu verabschiedern würde, um zu verabschiedern deinen Welt. Du... Du warst nicht mehr als die Lüge. Ich wünsche euch eine letzte Möglichkeit, um zurückzuhören. Ach... So, you've come, poor, poor son of man, led astray by demonkind. I am, I am that I am, I am infinity, the supreme being, the embodiment of law and order. You disturb my realm, trample my design. We have ignored your design, to follow the path we feel is right. We fight to build a world where weak humans will not lose their way. It is not in the man that walketh to direct his steps. You will only repeat your mistakes. Mankind is weak. Without guidance you would wander astray. You are not equipped to walk your own path. Perhaps, but I do not walk alone. I believe in my bonds with people. We believe in the power of the people. I can't do much alone, but with friends, I can do anything. You'll never move forward while you're forced to walk someone else's path. You have to carve out your own. And together people can motivate one another to push on. Humanity is with us now. Because we're weak, we try to be strong. If you're stopping us from doing so, then I'll deal with you. We're walking our own path, one we believe in, and not even you can stop us. We each have different reasons that brought us here, but our intentions are one in the same. What do you think, Satan? Oh no, it's this. I am the Arbiter. God, I shall test whether you are worthy of your throne. Walter, Jonathan! Oi, Flynn! It's been a while since we fought together, especially looking as I once did. Flynn, allow me to lend you my strength as a fellow samurai. Izabo, you better get over here too. Yes, it's not quite the same without you. Honestly, you three never change. Aren't you forgetting someone? Does your sinful arrogance know no bounds that you would dare defy me, Satan? Very well. You shall no longer be under my protection. You will find no rest. When I defeat you, I will replace all of humanity with more obedient servants. I am the right. Oh, my God. Oh, my God. You will be in the right zone. Your presence is felt everywhere in this world. This unchanging reality. Aber du möchtest existieren außerhalb dieser Welt, einfach zu sehen. Warum ist das? Es ist nicht so, wie ich mich beruhig war. Ich habe das gleiche wie du. Ich bin immer bei deinem Seite. Dein Geist ist meine Geist. Dein Geist ist meine Geist. Die Geist gehen zusammen mit mir. Das ist die Geist. Das ist die Geist. Das ist die Geist. Das ist die Heilung, die ich offer. Würdest du auf mich, dein Vater verletzen? Ich verletze, um mich zu verletzen, um deine eigene Geist zu tun? Das ist die Geist. Ich verstehe. Das ist die Geist des Geist. Mit dem Geist zu tun, dass du den Geist ist, dass du den Geist zu tun hast, dass du ihn verletzen hast. Du hast ihn zum gleichen Grund, wie ein Dämon. Es wird nicht leicht, aber es ist die einzige Schacht, die wir ihn verletzen. Ich werde dir meine Geist, mein Geist. Wir holen ihn aus diesem Geist. Okay Warte mal, der macht jetzt Ich weiß gar nicht, was er jetzt macht Hm Machen wir erstmal die Attacken runter von ihm Und Charge Ja, wir sollten Ob wir Imposing Stands überhaupt machen können eigentlich Weil er ist ja der Allmächtige Ja Kann ich mit ihm reden? Nee Ach, deswegen sollte man sie Wie Leveln Ach, guck mal Ja Highly effective against Na denn Aber wie Nee, wir können nicht mit ihm reden, ne Können wir das hier machen? Sorry about that Feuer Feuer Geil Hm Let's go together Hehehe Hehehe Oh my god Wo will you have to Denai Hehehe Jetzt ist meine Zeit Es ist die Zeit Sie Die 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 okay ich mach es mal Doping noch oh natürlich kann ich weg machen ja aber der das hat ja fast gar nichts gebracht was er gemacht hat das sind ihre Items okay ja lasse Candy er hat ja immer noch die negativen Stats von uns das hat nur die Frage schade machen wir trotzdem noch mal die Schwächung oder machen wir Damage wie man Damage hm hm warum hast du das nicht auf also das eine auf Dings gemacht auf Skifahrer Angst ey ich hab echt diesen diesen also ich hab Harry Potter echt nie geguckt ne also zumindest den ersten Tag hab ich geguckt und dieses Angst Potter das hab ich nie gesehen im Film aber es gibt halt so viele Sachen wie man so gesehen hat hm ich würde schon fast sagen wir machen jetzt das hier Charge dann müsste das eigentlich ganz gut laufen wir machen nochmal Debitate so das ist okay das ist auch okay das ist nicht okay das ist nicht okay kriegen wir das weg ich mach erstmal ne Heilung du bist nicht wir kriegen das nicht weg okay aber ich kann seine Stats reduzieren damit das ist ganz gut hm aber doch ich krieg das hier weg okay ich krieg das weg ich krieg das weg weiter weiter ist so einer der der knackpunkte des kampfes aber kann ich das benutzen das war ja gar nichts okay also konzentriert weil du hast mich immer noch die scheiße charge müssen wir leider noch mal neu machen ist ja nicht mehr drauf dann würde ich schon fast sagen halt dich mal so ran gesucht ist ein gesicht ja okay ist okay wird's not okay okay erstmal schön vor allem und dann muss ich ihr ein item geben mit ihm kriegen wir immer den extra zug das ist eigentlich ganz gut mit ihm müssen wir eigentlich immer schwächen er hat zwar nicht mehr so viel so viel mana hm nicht übel so jetzt erstmal mana wieder geben ok 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 aber wir machen einfach Energy Drain alter tausend und machen unser Infinitation bam ist wieder da ja oh mein gott oh mein gott das war damage navan hat als erstes gemacht mein gott mein gott mein gott mein gott Du hast die Leute verraten, wie sie dich glauben, in dir zu tun, zu tun, zu tun. Aber das ist alles, was wir für dich tun? Wir sind wirklich wertvolle, wenn wir nicht von dir haben? Ich meine, nur weil ich schwach und ich muss auf andere betreuen, das nicht bedeutet, dass ich wertvolle bin. Meine Freunde, mir helfen, dass ich selbst die wertvolle Leben entscheide. Ich habe übrigens vergessen, dass das vorhin glaube ich stand, dass er jetzt schwach ist gegen, dass er jetzt schwach ist gegen physikalischen Damage, deswegen werden wir jetzt einfach alles benutzen, theoretisch, ja, lass mal heilen, extra zu, schade, vorhin kann er da nehmen, auf jeden Fall erstmal hier das weitergeben. Alter, geiler Attacke. Und wir holen natürlich mal wieder. Das ist so geil, ne. Wir müssen den Ex machen, wir müssen auf jeden Fall heilen. Sicher, sicher. Die können auch mal treffen. Das ist nicht geil? Wird grad sagen, das dürfte nicht so viel Damage machen. Wir müssen mal gucken. Okay, das sieht gut aus. Wie kann du besitzt? Das heißt... So, jetzt werden wir auf jeden Fall nochmal... Schakrab hat auf dich nehmen. Ja, so... Oh, 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 das wird so ein bisschen... Das war fies. Das war fies. Okay, aber wir haben den Kampf verstanden. Wir müssen aber leider... Wir müssen aber leider aufhören. Gleichzeitig jetzt keine... Also, da ich jetzt nicht noch Zeit habe für... In weiter und wann. Arme, wir haben verstanden, wie der Kampf funktioniert. Wir werden ihn schwächen. Und ihn dann mit... Mit seinen Sachen da töten. Ich bin mal gespannt, ob der noch eine zweite Phase hat. Das weiß ich nämlich nicht. Aber der Kampf funktioniert eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.